Herzlich Willkommen! Ich freue mich unendlich, dass wir eine so große Resonanz auf die Ausstellung haben. Seien Sie alle ganz herzlich Willkommen! Begrüßen möchte ich aber zunächst einmal der Chor an die Freude unter der Leitung von Osama Fati. Herzlich Willkommen und schonmal herzlichen Dank! Ich bin Basak-Firman, ich komme aus Syrien, ich wohne hier in Innensdorf, lange zehn Monate. Ich gehe nach Syrien für Sprachen-Kurs E1 und bevor ich hierher komme, habe ich ein Studium in der Universität Kunst gemacht. Ein Bild, das wir machen können, ist eine Maske, eine Maske, einfach nur eine Maske. Diese Maske hat nicht mehr Emotionen, sondern andere Emotionen. Das ist ein Ticket für ein Theater. Achtung! Jesus, Herzlich Willkommen! Musik Musik And I came back to Syria and I didn't know that my sister was back. So I asked where is my sister and they told me that she is dying. And I came and I didn't believe. Should you see where is my sister? And I filmed her when she was dying to see that, to believe that. Yes, that's true, that's what's happening. And they bring me to the city. And it's like I took the photo, I said to myself, oh my god, I don't believe that. My sister, we have fun all the time, we're fighting. We have a brother and sister. When you see this, it's like, because the war now, too much of dying, dying, dying. And it's not reported now. It's like numbers, numbers, numbers. And it's not numbers. I kept following the fish. I kept following the fish. I kept following the fish. And this was a fish. And the fish took off of it. Do you know that it was a fish? I kept following the fish. Es gibt einen besonderen Ort in meinem Herz. Hier ist eine gute Bildung. Aber es ist eine Erinnerung für mich, denn hier in diesem Ort ist ein Spiel, wo die Bomben fallen, und viele Kinder wurden verletzt, wegen der Krieg. Und es ist wie hier, wir gehen nach einer anderen Welt. Das Kind der Kinder, sie lieben zu spielen, um es zu fliegen, um es zu fliegen. Und dann ist es so, oder zu fühlen. Bist du bald fertig?